Mein Name, ich bin Robert Müller, bekannt im Internet als Robby. Ich wurde ganz überraschend von Yamaha hier nach Berlin zu einem absoluten Top-Event eingeladen für eine Vorführung im Genes 2. Marty Harris hat hier eine absolut Top-Vorführung gemacht, wo er die ganzen Features und die ganzen Neuerungen vorgeführt hat. Meine Highlights sind unter anderem die Dynamik, was man hier im Style einstellen kann, weil hier wirklich nicht nur laut leise gemacht wird, sondern diese Dynamik in einzelnen Schritten extrem herausgearbeitet werden kann. Je nachdem, ob man zu Hause im Ruhigen spielt oder auf der Bühne, kann man hier enorm noch was rausholen in diesem Bereich. Auch, dass diese Slider und Nobs hier beleuchtet sind. Abschließend möchte ich sagen, dass ich mich recht herzlich bei Yamaha bedanke. Ich habe mich wirklich super gefreut, hier eingeladen zu werden. Ich kann jedem nur empfehlen, hier zu diesen Acts und zu den Vorführungen zu gehen. Schaut euch das selber an, schaut euch die Features an, was draufkommend sind. Schaut euch, hört euch diese Styles an, hört euch diesen neuen Sounds an. Die ganzen Vorführungen, was jetzt hier dann in der nächsten Zeit gemacht werden, sind absolut sehenswert. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei diesen Acts und ich grüße euch, euer Robby. Ich grüße euch, ich grüße euch, ich grüße euch, ich grüße euch.